Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu einer weiteren Folge Rohrbott Basics. Heute behandeln wir das Stichwort Baufreiheit. Nach nach wie vor ganz überwiegender Ansicht in der Rechtswissenschaft und auch in der Rechtsprechung insbesondere des Bundesverfassungsgerichts ergibt sich aus Artikel 14 Grundgesetz, also der Eigentumsfreiheit, auch die Baufreiheit. Das ist intuitiv erstmal nicht so selbstverständlich. Häufig wird gesagt, naja, ob man bauen darf auf einem Grundstück oder nicht, das hängt insbesondere ja von den planungsrechtlichen Grundlagen ab. Also davon, ob der Bebauungsplan die Bebaubarkeit vorsieht oder ob es im unbeplanten Innenbereich liegt und deshalb die Umgebungsbebauung maßstäblich wirkt oder ob es eben im Außenbereich liegt und darüber zu entscheiden, ist Sache des Staates im Wesentlichen. Zusätzlich, da dürfen sie ja nur bauen, wenn erschlossen worden ist, wenn also das Grundstück mit Verkehrsanlagen und Daseinsvorsorgeeinrichtungen, insbesondere Strom und Wasser, ausgestattet ist. Und das verlangt erhebliche Investitionen, also eine staatliche Leistung in die Infrastruktur und vor diesem Hintergrund spricht doch eigentlich vieles dafür, dass letztlich das Baurecht etwas ist, was durch staatliche Leistung erst hergestellt und dann also staatlich verliehen wird. Das war immer eine relativ starke Position, die das sagte. Diese Position kann dann häufig auch noch auf die Niederlande verweisen, wo das schon immer so war. Da gibt es aber eben einen ganz entscheidenden Unterschied, nämlich in den Niederlanden ist das System dadurch geprägt, dass der Staat durch Eindeichung das Land erst geschaffen hat oder große Teile des Landes erst geschaffen hat, also zur Verfügung stellt. Und wenn der Staat seine Leistung Eindeichung aufgeben würde, wäre auf einmal ein großer Teil des Grundeigentums unter Wasser und gar nicht mehr bebaubar, sowieso nicht. So, also vor diesem Hintergrund staatliche Leistung oder Baufreiheit muss man sich für ein System entscheiden. Und mit guten Gründen halten wir an der Baufreiheit fest, meine Damen und Herren. Sie müssen darüber nachdenken, was wäre denn, wenn wir tatsächlich von einem staatlich verliehenen Baurecht ausgehen würden, dann hieße das, dass es letztlich nicht mehr durch Leistung erworben ist, sondern durch staatliche Verleihung. Staatliche Verleihung kann auch wieder rückgängig gemacht werden. Der Grundstückswert, der an der Bebaubarkeit hängt, wäre also maßgeblich vom politischen Prozess, vom planungspolitischen, möglicherweise vom kommunalpolitischen Prozess abhängig. Und die würden dann jeweils darüber entscheiden, ob ein Grundstück was wert ist oder nichts wert ist. Das kann man so machen. Nur auf der anderen Seite ist auch vollkommen klar, dass das auf dem Grundstücksmarkt ganz erhebliche Auswirkungen haben würde. Was wollen Sie denn einer Bank sagen, wenn Sie einen Grundkredit haben wollen, wenn die Bank Ihnen sagt, na jetzt ist es bebaubar, aber wer weiß, ob das in zwei Jahren noch bebaubar ist oder ob das dann nicht ganz anders ist oder 10 oder 20. Und insofern, wir kennen alle die Bedeutung inzwischen des Grundkreditmarktes. Die amerikanische Bankenkrise, die eine Weltwirtschaftskrise ausgelöst hat, war letztlich auf Schwankungen in diesem Bereich zurückzuführen. Und also insofern, wir können das nicht wirklich wollen. Und schließlich, meine Damen und Herren, und das ist, wenn man sich mit dem wirtschaftspolitischen Hintergrund nicht beschäftigen möchte, das Entscheidende. Was heißt denn Grundeigentum? Warum schützen wir überhaupt Grundeigentum? Und zwar in einem unfassbaren Ausmaß. Die Grundbücher sind ein Riesenaufwand, den wir betreiben, die katastermäßige Erfassung. Im BGB zahlreiche Regelungen über den Grundstückserwerb und die notarielle BU-Kantungspflicht und so weiter. Warum ist das so wichtig? Welche Bedeutung hat denn das Grundeigentum? Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie mit dem Grundeigentum nicht mehr eine Position haben, die Sie grundsätzlich jedenfalls zum Bauen berechtigt, dann heißt das, Sie dürfen da Ackerbau treiben. Das heißt, das Grundeigentum, der Eigentumschutz im Grund, im Grundstücksbereich, der würde sich letztlich darauf beschränken, dass es Ihnen das Recht verleiht, Rüben anzubauen. Und dafür würde sich der Aufwand, den wir da treiben, wirklich nicht mehr lohnen. Also insofern, es macht einfach keinen Sinn. Das hat umgekehrt zur Folge, dass wenn wir von der Baufreiheit ausgehen, dass dann grundsätzlich der Wert des bebaubaren Grundstücks dem Eigentümer zusteht. Das heißt, eine Abschöpfung des letztlich ja durch die Planung resultierenden Mehrwerts ist zwar bis zu einer bestimmten Grenze zulässig, aber nicht unbeschränkt. Wir würden wahrscheinlich sagen, jedenfalls bei der Hälfte ungefähr liegt da eine Grenze. Das heißt, grundsätzlich ist der Wert des Grundstücks im Grundeigentumsrecht verankert. Der Eigentümer braucht sich nicht dafür rechtfertigen, dass er diesen Wert realisiert, sondern die öffentliche Hand muss rechtfertigen, dass sie eingreift, dass sie also einen Teil des Wertes abschöpft. Weiter, jede planerische Maßnahme, meine Damen und Herren, die die Baufreiheit einschränkt, muss sich rechtfertigen lassen, weil ohne die planerische Maßnahme gäbe es mehr Freiheit. Und die Freiheit ist in Artikel 14 Absatz 1 in der Eigentumsgewährleistung zugrunde gelegt. Und das alles, meine Damen und Herren, ergibt sich aus dem Grundsatz der Baufreiheit. Und ich sehe nicht, dass wir davon in absehbarer Zeit wirklich wesentlich abweichen werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns gern oder geben uns einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal bei den Robot Basics.